Gesunde Ernährung sollte eigentlich schon im Kindesalter anfangen. Es wäre sehr wichtig, dass die Eltern von Anfang an auf die gute Ernährung ihrer Kinder achten. Und auch im späteren, im Erwachsenenalter, sollte man sich mit dem Thema gesunde Ernährung beschäftigen. Denn für unser Immunsystem ist es wichtig, durch die zugeführten Vitamine die Abwehrkräfte zu stärken, wodurch wir Krankheiten vorbeugen können. Wenn man sich nicht gesund ernährt, wird man Krankheiten gegenüber viel anfälliger. Man fühlt sich einfach schlapp und energielos und kann nicht zu 100% am Leben teilnehmen. Eine gute Gesundheit kann man sich nur durch gesundes Essen verschaffen. Ja, es hört sich vielleicht übertrieben an, aber meinerseits bemühe ich mich stets, nur gesunde Produkte zu mir zu nehmen. Wobei es heutzutage gar nicht so leicht ist, zu entscheiden, welche Lebensmittel nun als gesund zu bezeichnen sind. Ich finde es reichlich albern, sich bei jeder Nahrungsaufnahme die Frage zu stellen, ist das jetzt gesund oder nicht. Eine Mahlzeit für sich ist niemals gesund oder ungesund. Man muss schon die Ernährung als Ganzes betrachten, um eine Idee davon zu bekommen, ob man sich damit einen Gefallen tut oder eher nicht. Wenn man nur will, kann man jedem Nahrungsmittel positive oder auch negative Aspekte abgewinnen. Klar soll man auf die gesunde Ernährung achten, viel Obst und Gemüse essen, aber man darf dabei den Genussfaktor nicht außer Acht lassen. Wer im Supermarkt ständig auf der Suche nach sogenannten gesunden Lebensmitteln ist, verliert nach einer Zeit womöglich den Sinn für den Genuss, auch mal ein Stück Schoko-Sahnetorte mit nach Hause zu nehmen. Ich kann von mir ruhigen Gewissens behaupten, dass ich ein echter Genießer bin. Aber sehen Sie mich an. Bin ich etwa übergewichtig? Mein Geheimnis ist, nur ganz bewusst ausgewählte Speisen zu konsumieren und dann auch mit allen Sinnen zu genießen. Minderwertige Snacks wie Chips oder Cracker kommen für mich nicht in Frage. Aber ich esse gerne mal eine Bratwurst oder einen Hamburger zwischendurch. Ich finde, man soll auch mal eine Bratwurst ohne Bedenken genießen. Meine Leidenschaft ist, zu Hause etwas Leckeres zu kochen. Dabei verwende ich nicht nur Fleisch, sondern auch viel Gemüse und achte auf eine ausgewogene Ernährung. Allerdings darf es bei Soßen an Sahne nicht fehlen, denn diese rundet ja den Geschmack ab. Als Chefköchin im Restaurant eines Vier-Sterne-Hotels stehe ich zehn Stunden am Tag in der Küche und bereite ein leckeres Essen nach dem anderen zu. Durch die hohen Ansprüche der Gäste ist die Qualität der angebotenen Speisen sehr hochwertig und lässt keine Wünsche übrig. Dabei ist die Optik des servierten Gerichtes mindestens genauso vordergründig wie der Duft und letztendlich spielt der Geschmack die entscheidende Rolle. Hier muss alles im Einklang sein, denn die Gäste wollen ihr Essen genießen. In dem Augenblick, im schönen Ambiente beim Tisch, interessieren sie sich nicht für die Herkunft der verwendeten Lebensmittel, geschweige denn für die in den Speisen enthaltenen Kalorien. Ihr Interesse gilt einzig und allein dem Genießen eines geschmackvollen Gerichtes. Es gab eine schlimme Phase in meinem Leben, an die ich mich sehr ungern erinnere. Aber ich muss es tun, denn all die Jahre der Magersucht haben mein damaliges Leben geprägt. Ich war zu einem Großteil meiner Zeit damit beschäftigt, über das Essen nachzudenken. Was darf ich essen, was ist zulässig, damit ich ja keinen Gramm zunehme, denn ich fühlte mich ständig zu dick. Das ewige Kalorien zählen und der ständige Wille, so wenig wie möglich zu essen, hat meinen Alltag bestimmt. Bis es fast zu spät war. Aber naja, diese schlimme Zeit ist nun vorbei. Ich hab's dank der Ärzte geschafft und kann seit geraumer Zeit mein Leben wieder genießen. Der Genuss des Essens bedeutet für mich die größte Freude. Einfach mal drei Kugeln meiner Lieblingseissorte zu essen oder mit Freundinnen einen Pizzanachmittag zu veranstalten. Das ist toll. Und Kalorien werden gar nicht mehr gezählt. Ich will's einfach nur genießen. Gesunde Ernährung hat mehrere Formen. Die meisten Menschen achten auf die Herkunft, auf die Qualität und auf die Nährwerte der Lebensmittel, die sie zu sich nehmen. Ich persönlich habe mich etwa vor fünf Jahren für die vegetarische Ernährung entschieden und ich muss sagen, bis jetzt habe ich diesen Schritt nicht bereut. Seitdem ich mich vegetarisch ernähre, ist meine Lebensqualität enorm gestiegen. Für mich verkörpert der Verzicht auf tierische Produkte die gesunde Ernährung. Und das steht für mich an erster Stelle. Auch wenn Gegner der vegetarischen Lebensweise jetzt sofort sagen würden, wo bleibt dabei der Genuss? Da muss ich ihnen teilweise tatsächlich zustimmen. Denn natürlich wird ein noch so tolles Gemüsegericht nicht den Geschmack eines Schweinsbratens ersetzen können. Gesunde Ernährung hat für mich diesen Preis. Viele Menschen denken, gesunde Ernährung und Genuss können sich nur ausschließen. Häufig treffe ich auf die Aussage, Lebensmittel, die gesund sind, sind ungenießbar. In meinem Landbioladen versuche ich die Menschen tagtäglich davon zu überzeugen, dass gerade das Gegenteil der Fall ist. Ein saftiges Kotelett mit etwas Gemüse und entsprechend zubereitetem Hirsebrei als Beilage schmeckt hervorragend. Denn ein Lebensmittel, das gesund ist, in dem Falle die Hirse, soll ja auch Genuss bieten. In meinem Geschäft können sich die Kunden selber vom Geschmack der gesunden Lebensmittel, wie zum Beispiel Gerste, Süßkartoffel, Fenchel oder die wiederentdeckte Topinambur überzeugen, indem sie vor Ort die fertigen Speisen probieren können. Denn heutzutage wird ein Produkt von Kunden nicht gekauft, wenn es nur gesund ist, aber nicht schmeckt. Wenn man meine Mutter befragen würde, würde sie sagen, dass ich schon als Kind nur die Speisen gegessen habe, die mir geschmeckt haben. Diese Tatsache hat sich auch in meinen Teenagerjahren nicht wesentlich geändert. Über diese Zeit könnte sie ein Lied singen, denn ich habe ihr das Leben in puncto Essen reichlich schwer gemacht. Zugleich sie sehr bemüht war, mich als Heranwachsende gut bedacht, gesund und vitaminreich zu ernähren. Mir war das viele Gemüse auf dem Teller leid, die wahnsinnig gesunden Spinatkartoffelbällchen ließ ich auch stehen. Gleich nach dem ersten Bissen stellte sich der als Big Mac getarnte Tofu-Burger als schlicht und einfach ungenießbare Mogelpackung heraus. Vielleicht liegt es an den unzähligen Versuchen meiner Mutter, dass ich jetzt als junge Erwachsene die ach so hoch gepriesenen gesunden Lebensmittel meide und weiterhin nur den Genuss des Essens in den Vordergrund stelle. Hallo liebe Zuhörer, heute habe ich einen fantastischen Gast in unserem Studio. Ich kann nur sagen, das ist der echte Wahnsinn, was der 28-jährige Freeclimb bei Joachim Geist an Leistung erbringt. Den Namen kennen sogar die allerjüngsten Bergsteiger. Er wurde nämlich durch seine Free-Solo-Begehung der Route Weg durch den Fisch im Jahr 2007 in der Bergkletterszene absolut bekannt. Verehrte Zuhörer, es gibt diesmal etwas Sensationelles zu berichten. Joachim Geist gelang die erste freie Durchsteigung der Halluzinogen Wall im Black Canyon in Colorado. Joachim, herzlichen Glückwunsch zu dieser Höchstleistung. Aber sei mal ehrlich, wie sehr waren deine Nerven angespannt? Ich muss sagen, kaum. Denn dann hätte ich gar nicht erst in die Wand steigen zu brauchen. Klar, das freie Klettern ist immer eine große mentale Belastung. Wenn es aber so weit ist, muss man sich seiner Sache absolut sicher sein. Platz für Zweifel oder Nervenflattern ist da nicht. Du kommst also an der Wand an, schaust in die Höhe, bleibst ganz cool und beginnst einfach ohne Seil und Sicherung zu klettern? Um Gottes Willen, nein! Beim Free-Climbing oder Freiklettern geht es zwar darum, ohne technische Hilfsmittel zu klettern, aber Seil und Karabiner sind zur Absicherung trotzdem dabei. Zusammen mit meinem Partner Roland Höppe habe ich die Halluzinogen Wall innerhalb von drei Tagen erklettert. Dabei habe ich an den Schlüsselstellen verschiedene Züge probiert und optimiert. Als es dann so weit war, hatte ich keine Zweifel, dass ich die Route frei klettern kann. Aber selbst Free-Solo-Kletterer, die tatsächlich nur mit Kletterschuhen und Magnesiumbeutel in die Wand gehen, sind keine lebensmüden Raufgänger. Vielmehr prägen wir uns die Routen genau ein, bevor wir ohne Sicherung in den Fels gehen. Dennoch muss man höllisch aufpassen, dass man sich nie zu sicher fühlt und in eine Routine verfällt. Mindestens 95% der Zeit klettere ich klassisch mit Seil und Sicherung. Nur so kann ich dann beim Free-Solo den Fokus hochhalten und mich selbstbewusst am Limit bewegen. Trotz der guten Vorbereitung. Das Risiko eines Sturzes bleibt extrem hoch. Was sagen denn deine Familie und Freunde zu diesen Free-Solo-Aktionen? Ja, das ist so eine Sache. Eigentlich waren es doch meine Eltern, die mich schon von Kindesbeinen auf mit auf die Berge genommen haben. Daher dürfen sie sich eigentlich gar nicht beklagen. Aber seitdem ich mit 18 Jahren bei immer anspruchsvolleren Sportklettereien unterwegs bin, macht sich mein Umfeld natürlich schon immer große Sorgen. Und natürlich ist es auch so, dass dieses Umfeld wächst, je älter man wird. Einerseits hilft es dir, einen Teil des Risikos abzugeben, indem man über schwere Projekte spricht. Andererseits willst du dein Leben auch nicht unnötig schlaflose Nächte bereiten. Inzwischen versuche ich, Projekte bewusster auszuwählen und nicht um jeden Preis alles zu klettern. Eine ordentliche Portion an Egoismus gehört zum erfolgreichen Klettern einfach dazu. Heute habe ich allerdings die Erkenntnis, dass ich diesen Egoismus nicht ständig ausleben muss, um erfolgreich zu sein. Dazu kommt, dass man durch zwangsläufige Rückschläge und Niederlagen Erfolge besser zu schätzen lernt. 2008 bin ich aus der Wand gestürzt und habe mir schwere Verletzungen an beiden Sprunggelenken zugezogen. Viele Monate in der Reha und genauso viele düstere Gedanken machen einen automatisch vorsichtiger. Ich denke, viele unserer Zuhörer fragen sich jetzt sicher, warum lässt er denn nicht wenigstens das Friesolo-Klettern bleiben? Das Wandeln auf dem schmalen Grat zwischen Leben und Tod macht einfach süchtig. Das Klettern am Limit ohne Absicherung ist ein so intensives Erlebnis, das kann man mit Worten kaum beschreiben. Die Bewegungen fangen an zu fließen, Körper und Geist harmonieren in Vollendung und man entrückt für einen Moment dieser Welt. Jeder, der diesen Flow einmal am eigenen Körper gespürt hat, kann nicht mehr davon lassen. Und was das Risiko angeht, die meisten Unfälle passieren nicht beim Bewegen am Limit, sondern durch Unachtsamkeiten bei vermeintlich einfachen oder sicheren Aktionen. Die Halluzinogen Wall war eine besondere Herausforderung. Wie hast du dich auf dieses Projekt vorbereitet? In meiner Vorbereitung spielen die Jahreszeiten das Wetter eine wesentliche Rolle. Grundsätzlich trainiere ich mir in den Wintermonaten sehr viel an Kraft und Ausdauer an. Im Sommer versuche ich einfach viel zu klettern, um die nötige Sicherheit zu bekommen. Das größte Problem im Black Canyon war allerdings das Wetter. Nachdem wir drei Tage zur Erkundung der Route in der Wand verbracht hatten, verdammte uns eine Schlechtwetterperiode drei weitere Tage zum Nichtstun. Da war es für mich schon extrem schwierig, die Konzentration aufrechtzuhalten. Aber gerade auch die nötige Geduld zeichnet einen guten Alpinisten aus, die Fähigkeit, Energien zu sammeln und diese im richtigen Moment abrufen zu können. Hast du es durchgehalten? Klar habe ich es durchgehalten. Entscheidend war, dass ich mich mit meinem Seilpartner Roland super verstand. Insgesamt waren wir drei Wochen auf engstem Raum zusammen unterwegs. Die finale Aktion, die Besteigung der Halluzinogen Wall, hat nicht einmal neun Stunden gedauert. Da ist es schon hilfreich, wenn man sich nicht nach ein paar Tagen auf die Nerven geht. Um es genau zu sagen, hast du nur acht Stunden und 41 Minuten für die 16 Seillängen gebraucht. Die Erstbesteiger haben 1980 noch ganze 17 Tage in der Wand verbracht, bis sie am Ziel waren. War der Rekord deine Zielsetzung? Für mich stand absolut die Begehung der Route im Vordergrund. Grundsätzlich schaue ich beim Klettern nicht auf die Uhr, sondern versuche lieber neue Routen zu öffnen oder bestehende frei zu klettern. Allerdings ist so ein Tag in der Wand ganz schön anstrengend. Je schneller ich oben bin, desto besser also. Wie finanzierst du deine ganzen Touren? Wirst du von Sponsoren unterstützt? Natürlich, aber ich bin mir bewusst, dass ich ohne die entsprechenden Leistungen nicht das Privileg hätte, mein Leben mit dem Klettern zu gestalten. Und dafür bin ich sehr dankbar. Allerdings setze ich mich auch nicht unter Druck. Ohne Sponsoren würde ich wohl alles genauso machen. Ich würde genauso klettern, ich wäre genauso in den Black Canyon gefahren und ich hätte mich genauso an der Halluzinogen-Wall versucht. Die Motivation, in die Berge zu gehen und die Wände hochzuklettern, kommt tief aus meinem Inneren und nicht aufgrund von Sponsorenverträgen. Aber natürlich ist das Leben als Profi schon sehr angenehm. Vor allem bleibt mehr Zeit für die Freunde und die Familie. Joachim, vielen Dank für das offene Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Glück beim Klettern in der nächsten Bahn. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Prof. Dr. Michael Gerig. Ich bin seit über 25 Jahren im Institut für Wasser- und Gewässerentwicklung in Karlsruhe tätig und begrüße Sie recht herzlich zu meinem heutigen Vortrag über das Thema Wasser, Wasserknappheit und was man als Einzelner dagegen tun kann. Das Wasser ist der Quell unseres Lebens und unserer Lebensgrundlage. Eine doch allgemein bekannte Tatsache ist, dass der Mensch zu 60 bis 70 Prozent aus Wasser besteht und daher aus biologischer Sicht täglich ca. 5 Liter Wasser aus Getränken und Nahrung benötigt. Hier muss gleich erwähnt werden, dass das Wasser eine nicht erneuerbare Ressource ist und durch keinen anderen Stoff ersetzt werden kann. Und genau das ist der Grund, warum der moderne Mensch womöglich bereits in absehbarer Zeit, in 30 bis 40 Jahren wohl vor dem größten Problem seines Daseins stehen wird. Denn die brauchbaren Wasservorräte werden, zum Beispiel durch Verunreinigungen und den erhöhten Verbrauch der stetig steigenden Weltbevölkerung immer mehr erschöpft. Für den Mensch ist nur das Süßwasser von Bedeutung, doch dieses ist im Verhältnis zu Salzwasser aus den Meeren wenig vorhanden. 96,5 Prozent des Wasservorrates der Erde sind in den Weltmeeren gespeichert. Der Rest ist Süßwasser, wovon über 70 Prozent als Eis oder Schnee gebunden sind. Außerdem zirkuliert noch ein ganz kleiner Anteil, 0,001 Prozent, in Form von Wasserdampf in der Atmosphäre. Dem Salzwasser das Salz zu entziehen, ist heute schon möglich, doch es stellt auch ein schwieriges und überaus teures Unterfangen dar. Nicht nur, dass für den Menschen nur das Süßwasser überhaupt von Bedeutung ist, das Wasser ist für den Menschen und für die Natur nur dann brauchbar, wenn es nicht verunreinigt ist. Für die weltweite Wasserkrise können fünf Gründe genannt werden. Erstens das Bevölkerungswachstum, Denn auch wenn uns in Europa der Rückgang der Geburtenrate und dadurch das Problem der immer älter werdenden Gesellschaft beschäftigt, kann eine stetige Erhöhung der Anzahl der Bevölkerung weltweit verzeichnet werden. Außerdem kommt noch die Anspruchssteigerung hinzu. Der moderne Mensch hat definitiv immer höher geschraubtere Wünsche und Ansprüche als in früheren Zeiten. Man möchte immer den neuesten Fernseher und die modernste Kleidung besitzen. Als dritten Grund für die weltweite Wasserkrise kann eindeutig das Wachstum der Weltwirtschaft genannt werden. Denken wir an die sich rasant entwickelnde Industrie, an die Fabriken, die für die Erzeugung diverser Produkte Unmengen von Wasser verbrauchen und das verunreinigte Wasser im schlimmsten Fall ohne entsprechende Reinigung in die Umwelt, in unsere Flüsse fließen lassen. Die Ausdehnung der Bewässerung in der Landwirtschaft darf man auch nicht außer Acht lassen. Durch die immer längeren Trockenperioden im Sommer sind die Landwirte gezwungen, ihre Felder zu bewässern, wenn sie entsprechende Erträge aus den Anbauflächen erzielen wollen. Als letzten Grund der weltweiten Wasserkrise sind die zunehmenden Abfallmengen zu nennen. Bei der Beseitigung des Abfalls wird tagtäglich extrem viel Wasser verbraucht, nicht zu sprechen von den riesigen Mengen an in der Erde vergrabenem Abfall, der durch Zerfall den Boden und dadurch das Grundwasser verschmutzt. Außer dieser Faktoren muss man klar und eindeutig festhalten, durch die Wasserverschmutzungen, wobei die Hauptverursacher von Verschmutzung die Industrie, die Landwirtschaft und die Privathaushalte sind, wird die Qualität des Wassers verschlechtert. Normalerweise sollte Wasser klar, geruchlos und geschmacklos sein. Doch heute sind viele verschiedene Reinigungsverfahren notwendig, um das Wasser wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Die Wasserverschmutzung stellt für den Menschen und seine Umwelt eine große Bedrohung dar, die oft unterschätzt wird, weil Wasser als eines der freien Umweltgüter keinen angemessenen Preis hat und uns als unerschöpfbar erscheint. Der größte Anteil der Wasserverschmutzung wird durch die Industrie verursacht. Giftige Produktionsnebenstoffe, für die es keine Verwendung mehr gibt, werden falsch entsorgt, einfach in das Grundwasser geleitet. Aber auch durch Betriebsunfälle gelangen große Mengen an Schadstoffen in das Ökosystem. Durch die Landwirtschaft kommen Stoffe in die Natur, die das Wasser zum Teil sehr stark belasten. Oft verwenden die Landwirte einfach zu viel von den Düngemettern und Insektengiften. Nicht zuletzt jeder Einzelne von uns verschmutzt das Wasser, denn auch ein großer Teil der Wasserverschmutzung erfolgt durch die Privathaushalte. Viele Giftstoffe werden falsch entsorgt. Batterien und Medikamente zum Beispiel werden einfach in den Müll bzw. in die Toilette geworfen. Im Durchschnitt verwendet man in den Privathaushalten viel zu viele verschiedene Reinigungsmittel und noch dazu in großen Mengen. Da fragt man sich natürlich, mit welchen langfristigen Folgen muss der Mensch rechnen, wenn er so weitermacht. Durch die Verschmutzung nimmt die Anzahl der biologisch toten Gewässer drastisch zu und es entsteht Wasserknappheit für den Menschen, denn in den letzten Jahrzehnten nehmen die Wasservorräte der Erde drastisch ab. Jeder von uns kann Wasser sparen, indem wir mit dem Wasser bewusst umgehen und das Wasser bewusst verwenden. Hier seien nur einige Beispiele erwähnt, wobei Sie diese Beispiele bestimmt schon sehr oft gehört haben, aber das sind nun mal die Maßnahmen, durch die wir in unserem Alltag Wasser sparen können. Als erstes Duschen statt Baden. Ein Bad benötigt zwischen 150 und 180 Liter Wasser. Einmal Duschen hingegen nur zwischen 30 und 80 Liter. Man spart täglich bis zu 80% Wasser und Energie. Wasser abstellen Beim Händewaschen, Zähneputzen und Rasieren kann man durch Abschalten des Wasserhahns zwischendurch bis zu 80 Liter Trinkwasser sparen. Geschirrspülen unter fließendem Wasser braucht ca. 150 Liter. Abspülen im Becken dagegen nur 20 bis 30 Liter. Moderne Geschirrspülmaschinen brauchen gar nur noch 12 bis 14 Liter Wasser. Beim Wäschewaschen kann man auch Wasser sparen. Moderne Waschmaschinen brauchen nur ca. 40 Liter Wasser pro Waschgang. Aber auch hier gilt, nur die gefüllte Maschine einschalten oder Sparprogramm wählen. Man würde gar nicht vermuten, aber ein tropfender Wasserhahn verbraucht 17 Liter Wasser pro Tag, wenn nur ein Tropfen pro Sekunde fällt. Im Jahr sind das 6200 Liter. Wer einen Garten hat, sollte das Regenwasser sammeln. Kalkarmes Regenwasser aus der Tonne mögen die meisten Pflanzen lieber als Leitungswasser und auch die Gartengeräte lassen sich gut damit reinigen. Zum Ende meines Vortrages möchte ich betonen, dass alle Faktoren der Umwelt zusammen ein großes Netz ergeben, sodass man alles im Gesamten sehen muss. Das Wasser hat sehr viele Auswirkungen auf uns und unsere Natur. Daher bin ich der Meinung, dass mehr für den Umweltschutz getan werden muss. Wenn man sich ernsthaft über das Thema Wasserknappheit und ihre Folgen Gedanken macht, müsste eigentlich jeder sehen, dass er etwas tun muss und nicht einfach die Verantwortung von sich schiebt. Frei nach dem Motto, ach, wenn ich nur als Einzelner etwas tue, bringt es sowieso nichts. Dann tun wir doch alle etwas. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und stehe Ihnen im Weiteren gerne für Fragen zur Verfügung. Vor nun gut vier Jahren sind mein Mann und ich ausgewandert. Wir leben in unserem Traumland in Spanien. Aber so langsam entwickelt es sich zum Albtraum. Uns geht es zwar nicht schlecht. Wir kommen finanziell einigermaßen über die Runden und wir sind in der Zeit. Große Sprünge sind aber nicht drin. Urlaube, regelmäßige Reisen in die Heimat, das geht alles nicht. Bisher war das auch irgendwie in Ordnung. Trotz des Alltags waren wir immer noch so in einer Art Urlaubsmodus, haben die nähere Umgebung unserer neuen Heimat erkundet, haben häufig Besuch aus Deutschland gehabt und so weiter. Nur so richtig angekommen sind wir irgendwie nicht. Wir haben hier eigentlich keine Freunde und die wenigen Kontakte, die wir haben, sind größtenteils auch Deutsche. Gut, das ist ja an sich nicht so schlimm. Wir sind auch Mitglieder in einem Verein. Zweimal wöchentlich sind wir also mit Einheimischen zusammen. Aber das ist doch eher oberflächlich. Mir fehlt es einfach, mal mit einer Freundin einen Kaffee trinken oder ins Kino zu gehen. Ich finde hier einfach niemanden, wo es passt. In Deutschland hat uns in der Firma mein damaliger Chef eines Tages mitgeteilt, dass Mitarbeiter entlassen werden müssen. Ab dem Punkt ging alles ziemlich schnell. Auf einmal galt ich mit 35 auf dem Arbeitsmarkt als alt und die Arbeitsagentur gab mir null Aussichten. Naja, ich habe zum Glück eine anständige Abfindung bekommen, die ich dann in meine Weiterbildung investiert habe. Ich habe nie angestrebt, in der Schweiz zu wohnen oder gar zu arbeiten. Ich bin ein Sommermensch und mag Skifahren nicht sonderlich. Ich wohne erst seit Januar 2008 in Genf. Aber ich fühle mich hier sehr wohl und die Menschen sind nett und locker. Meine Situation in der Schweiz ist sehr gut, habe einen netten Kollegenkreis, der auch außerhalb der Arbeit etwas zusammen macht. Mein Job füllt mich aus und ist interessant und die Firma an sich ist international. Das heißt, ich lerne auch viele Ausländer kennen und schätzen. Auch die weltweite Zusammenarbeit ist sehr schön. Das Gehalt ist verglichen mit Deutschland wesentlich höher. Selbst als Junior kann man in meinem Job bis zu 1000 Euro netto mehr verdienen. Heute bin ich 31 Jahre alt und bin mit 24, also vor sieben Jahren, in die USA, Alabama, ausgewandert und lebe heute im wunderschönen Maine. Ich wurde in den USA geboren und verbrachte ein paar Jahre meiner frühen Kindheit hier, als meine Familie für einige Zeit in Illinois lebte. Ich wuchs in Deutschland auf, aber mein ganzes Leben lang hatte ich Heimweh nach den USA. Etwas in mir wollte immer weg aus Deutschland und ich habe mich dort auch nie daheim gefühlt. Eines Tages erfüllte ich mir meinen Lebenstraum und kehrte wieder in die USA zurück. Die doppelte Staatsbürgerschaft hat es sicherlich vereinfacht, doch die Anfangszeit war nicht leicht. Auf Anhieb habe ich keinen Job gefunden und musste daher eine Weile von meinen Ersparnissen leben. Außerdem brauchte ich ein Auto, denn wenn man nicht gerade in einer Großstadt lebt, kommt man ohne Auto nicht weit. Durch Miete, Kaution, Versicherungen und Handyvertrag kamen weitere Kosten auf mich zu. Trotz der Anfangsschwierigkeiten bin ich sehr glücklich. Ich lebe umgeben von Bergen, Seen, Wäldern und nicht weit weg vom Meer. Ich fühle mich, als würde ich 365 Tage im Jahr im Urlaub leben. Vor anderthalb Jahren habe ich meiner deutschen Heimat den Rücken gekehrt und bin nach Costa Rica aufgebrochen. Diesen Schritt sehe ich noch nicht als Auswanderung, obwohl ich schon über ein Jahr in Costa Rica lebe. Das Ganze begann als Experiment und ist es auch immer noch. In Deutschland ging es mir eigentlich gut. Ich hatte meine Arbeit und verdiente gutes Geld. Daher war meine Entscheidung für meine Familie und viele meiner Freunde nicht nachvollziehbar. Auf der anderen Seite will man halt auch immer, was man nicht hat, etwas ganz Neues kennenlernen. Die oftmals zu hohe Meinung der Kostarikaner über die Menschen aus Deutschland ist sehr schmeichelhaft und man wird etwas bevorzugt behandelt. Das ist sehr angenehm und macht vieles einfacher. Im letzten Jahr war ich aber dann noch viel mit Herumreisen in Panama und an der Westküste von Costa Rica und anderem beschäftigt. Richtig Geld verdiente ich nicht, weshalb ich im Sommer zwei Monate in Wiesbaden arbeitete, wo ich wieder daran erinnert wurde, dass das Leben in Deutschland sehr angenehm sein kann. Mich zog es vor zwei Jahren als promovierte Archäologin nach Kroatien. Aus den ersten Ausgrabungen entwickelte sich nach und nach ein größeres Forschungsprojekt und die Aufenthalte im Süden wurden immer länger. Im Moment halte ich es durchaus für möglich, dass ich im Anschluss an meinen Auslandsaufenthalt Deutschland gänzlich den Rücken kehren werde. Ich war das letzte Mal vor circa zwei Monaten in Deutschland und war froh, als ich wieder zurückfahren konnte. Nicht, dass es nicht schön gewesen wäre, Familie und Freunde zu sehen, aber nach längerer Zeit im Ausland erscheint mir Deutschland fürchterlich spießig und unsympathisch. Man muss sich in Kroatien allerdings rasch an die etwas gelassenere Auffassung von Zeit- und Termindruck einstellen. Ansonsten können einen die für uns angewohnte Langsamkeit und Unpünktlichkeit wahnsinnig machen. Dennoch hat gerade diese lockere Lebenseinstellung nicht dauernd von einem Termin zum nächsten zu hetzen, sich auch mal verspäten zu können, etwas Positives, das mich erfüllt. Ich denke, für mich wäre es die richtige Wahl, in Kroatien zu bleiben. Ich bin Apothekerin und mein Mann ist Monteur für Heizungs- und Sanitäranlagen. Wir haben eine achtjährige Tochter und leben seit 2008 in Kanada, in unserem Traumland, wegen der Weite und der wunderschönen Natur. Von den Menschen sind wir aber enttäuscht. Wenn man als Tourist kommt und viel Geld mitbringt, ist man willkommen. Aber wehe, wenn man in Kanada leben und eine Existenz aufbauen will. Nach unserer Ankunft stellte es sich heraus, dass mein Mann zwar mehr Lohn pro Stunde bekommt als in Deutschland, aber laufend gab es Probleme mit Kunden, die nach Fertigstellung der Arbeit nicht alles zahlen wollten. Zudem war es für mich besonders schlimm, denn ich bekam erst nach circa sechs Monaten einen Job als Raumpflegerin in einem Hotel und das auch nur befristet für fünf Monate. Dann war ich wieder arbeitslos. Das größte Problem in Kanada ist die sogenannte Lizenzierung für meinen Beruf. Wir arbeiten an dem Problem, seit wir in Kanada leben und es ist kein Ende in Sicht. Wir sind sehr frustriert darüber, sodass eine Rückkehr nach Deutschland nicht auszuschließen ist. Seit Anfang 2007 lebe ich in Irland, in Dublin und arbeite als technischer Systemberater für ein irisches IT-Unternehmen. Der Hintergrund für die Auswanderung war der Wunsch, mein berufliches und privates Umfeld zu ändern. Dies hätten natürlich auch ein Arbeitsplatzwechsel und Umzug innerhalb Deutschlands bewirkt. Gerade zu der Zeit, mit 40 Jahren, war ich auf dem Höhepunkt meiner beruflichen Karriere angelangt und hatte, muss ich stolz sagen, mehrere sehr verlockende Angebote von namhaften Unternehmen deutschlandweit bekommen. Also, die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, denn ein Leben in Deutschland kann ich mir eigentlich weiterhin gut vorstellen. Aber, wenn ich schon bereit war, so sagte ich mir, innerhalb Deutschlands umzuziehen, warum dann nicht gleich einen großen Sprung machen? Damals bestand, besonders in Irland, eine große Nachfrage nach IT-Spezialisten und so konnte ich innerhalb kürzester Zeit einen gut bezahlten Arbeitsplatz finden. Dublin weist eine überwiegend junge Bevölkerung auf, mit der man sehr schnell und leicht in Kontakt kommt. Ein immer noch wichtiger und oft leider auch der einzige Dreh- und Angelpunkt zur Pflege sozialer Kontakte sind die Pubs. Wen die Atmosphäre in den Pubs nicht stört, kommt recht schnell mit Einheimischen in Kontakt. Die Iren sind generell freundlich und aufgeschlossen. Für meine Frau und mich ist seit Ende Oktober 2010 Paraguay die neue Heimat, statt dem Stress in Deutschland. Wir wollten uns nicht bis 67 diesem Stress aussetzen. Gerade die letzten Wochen mit der Finanz- und Wirtschaftskrise haben das alles bestätigt. Auch mit 50 hat man noch Wünsche und Träume, wie das Leben lebenswerter sein kann. Wir wollen möglichst nicht zurückkehren, haben aber nicht alle Türen zugeschlagen. Man geht diesen Schritt ja mit gewissen Vorstellungen und wenn diese in Paraguay nicht realisierbar sind, würden wir auch diesen Weg wieder zurückgehen. Die Wahl fiel auf Paraguay, weil die Einwanderungsvorschriften sehr überschaubar sind und man die unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung nach kurzer Zeit erhalten kann. Des Weiteren, weil in keinem anderen Land die Lebenshaltungskosten so gering sind und wir mit unseren Ersparnissen doch auskommen können. Unsere Spanischkenntnisse bezeichne ich auch nach zwei Jahren einfach mal als äußerst bescheiden. Wir glauben halt an das Motto, learning by doing, was wir auch gerade in den ersten Monaten praktiziert haben. Aus diesem Grund zogen wir auf keinen Fall in eine deutsche Kolonie. In unserem Alltag kommen wir gut zurecht und haben sowohl mit vielen Deutschen als auch mit einheimischen Nachbarn Freundschaft geschlossen. Ich darf recht herzlich zwei neue Mitarbeiterinnen des Reisebüros Afrika in unserem Studio begrüßen. Diesmal unterhalte ich mich zuerst mit Christine Knaus, die seit Oktober die Webseite des Büros erweitert und sich um Flugreservierungen kümmert und danach kommt Simone Baum zum Mikrofon. Christine, was gefällt dir in deinem neuen Job? Ich wollte schon immer kreativ arbeiten und gleichzeitig etwas über die Gestaltung von Internetseiten lernen. Beides kann ich im Reisebüro Afrika gut verbinden. Ich reise jeden Tag virtuell an die schönsten Urlaubsziele, kann mir tolle Fotos ansehen und lerne jede Menge über Fotobearbeitung und Webseitengestaltung. Meine andere große Leidenschaft sind Flugzeuge. Beim Buchen der Flüge für unsere Kunden werde ich immer von Fernweh erfasst. Aber das Beste an meinem neuen Job sind natürlich die netten Kollegen und die freundschaftliche Atmosphäre. Es ist toll, dass du dich so gut an deinem neuen Arbeitsplatz eingelebt hast. Wie verbringst du deine Freizeit? Meine Leidenschaft ist die Handarbeit, ganz genau das Stricken. Ich liebe es, Strickwolle in der Hand zu halten. Das liegt bei uns in der Familie. Meine Mutter und ich stricken am liebsten bunte Schals- und Patchworkdecken. Wir sind schon ein bisschen stolz darauf, dass unsere Schals- und Patchworkdecken auf der ganzen Welt, zum Beispiel in den Niederlanden, in den USA und sogar in Australien, seit kurzem auch in Marokko und Tunesien getragen und verwendet werden. Wir engagieren uns auch für verschiedene Strick-Hilfsprojekte, wie zum Beispiel handgestrickte Pullover für die Zwergpinguine in Australien. Ich weiß, es hört sich ein wenig verrückt an, aber so bin ich nun mal. Ansonsten gehe ich im Winter gern in die Sauna und im Sommer in unserem schönen Park spazieren. Vor kurzem habe ich Hip-Hop-Dance für mich entdeckt. Getanzt habe ich schon immer gern und es macht total viel Spaß, mich zu den Rhythmen der jungen Leute zu bewegen. Wohin fährst du am liebsten in den Urlaub? Als bevorzugte Urlaubsziele habe ich bisher immer Länder mit viel Natur ausgewählt, in denen Englisch gesprochen wird. Zusammen mit meiner besten Reisefreundin Lore war ich unter anderem schon in Ägypten, Kanada, Irland und auf den Kanarischen Inseln. Mein absolutes Traumziel ist Neuseeland, weil es unheimlich viele verschiedene Landschaften auf relativ kleinem Raum bietet und als Inselstaat überall Küste und Wasser in naher Entfernung sind. Städtereisen sind nicht so mein Ding. Für den Herbst ist eine Tour nach Mali geplant und wir sind schon total gespannt darauf, endlich auch selbst afrikanische Eindrücke sammeln und tolle Reiseerlebnisse und Fotos für unseren Reisekatalog machen zu können. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Ja klar. Wie jeder oder halt viele von uns nehme ich mir jedes Jahr was vor, nur die Umsetzung der guten Vorsätze klappt meistens nicht. Verschiedene Schränke und Schubladen warten darauf, mal ausgeräumt zu werden. Ein paar Kilo weniger Wolle wären schon nicht schlecht. Ist ein Lottogewinn ein guter Vorsatz? Vielleicht mal endlich das Fotobuch vom letzten Urlaub fertig machen oder nicht immer vergessen, Freunden, Bekannten und ehemaligen Kollegen zum Geburtstag zu gratulieren. Vielen Dank, Christine, für das Gespräch. Und nun zu der anderen neuen Mitarbeiterin des Reisebüros Afrika, die Reiseverkehrskauffrau Simone Baum, die seit vier Monaten Christines Kollegin ist. Wie gefällt es dir in Bad Honnef? Ich bin sehr froh, in dieser Stadt arbeiten zu können. An Bad Honnef gefällt mir alles. Die schönen Häuser, das viele Grün und die frische Luft. Ich mag auch die Menschen hier. Was magst du an deinem neuen Job? Endlich kann ich meine Erfahrung als Reiseleiterin, meinen gelernten Beruf als Reiseverkehrskauffrau, mit dem Kontinent Afrika, der mir am Herzen liegt, miteinander verbinden. Im Büro finde ich die Kollegen die gute Laune und das Teamwork super. Wir helfen uns gegenseitig, feilen gemeinsam an Ideen und beratschlagen uns wie eine große Familie. Diese Frage habe ich vorhin auch Christine gestellt. Wie gestaltest du deine Freizeit? Momentan werkele ich nach der Arbeit meist noch an meiner Wohnung herum. Ich habe noch nicht mal einen Fernseher. Mein großes Hobby ist seit meiner Kindheit das Fotografieren. Ich habe auch schon Bilder ausgestellt. Es gibt noch Unmengen von Fotos, die auf weitere Bearbeitung warten. So schnell wird mir also auch ohne Fernseher nicht langweilig. Ich treffe mich auch gern mit Freunden und bin sportlich aktiv. Jeden Morgen jogge ich 30 Minuten, bevor ich zur Arbeit gehe. Die Zuhörer interessiert es bestimmt, wo du als Reiseleiterin und gelernte Reiseverkehrskauffrau gern deinen Urlaub verbringst. Hast du Wunschurlaubsziele? Da ich als Reiseleiterin ganz Europa bereist habe und auch schon in Australien, Kanada und in den USA war, ist mein liebstes Urlaubsziel immer dort, wo ich noch nicht gewesen bin. Ich mag es, mir Städte und Landschaften aus der Vogelperspektive anzusehen und gehe überall auf die Suche nach einem erhöhten Aussichtspunkt. Ich liebe das Fotografieren wunderschöner Orte, der Berge, von deren Spitze aus du die Erde von oben sehen kannst. Mit einem Lottogewinn würde ich eine Weltreise buchen oder vielleicht ein Flugzeug kaufen, mit dem ich über alle Landschaften hinweg fliegen kann. Eine letzte Frage. Was hast du dir für das neue Jahr vorgenommen? Richtig gute Vorsätze habe ich eigentlich nicht gefasst. Ich habe mir aber fest vorgenommen, den Sommer in der Heimat zu genießen und viel draußen in der Natur zu unternehmen. Und natürlich freue ich mich darauf, durch Afrika zu reisen, um viele neue Eindrücke zu gewinnen. Simone, ich bedanke mich auch bei dir für das tolle Interview. Und jetzt zurück zu... Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich im Rahmen unserer Vortragsreihe »Wenn der Arbeitsplatz krank macht« begrüßen. Heute hören Sie den Vortrag von Herrn Dr. Bruno Sonnenburg zu dem Thema Burn-out-Syndrom. Herr Dr. Sonnenburg, darf ich Sie zum Rednerpult bitten. Vielen Dank, Herr Finster. Wer hat das Publikum? Nach einigen Jahren im Beruf bemerken viele Arbeitnehmer und Führungskräfte, dass sie zunehmend gereizt reagieren und nach der Arbeit nur noch schwer abschalten können. Sie kennen bestimmt jemanden, den wohl ein Burn-out erwischt hat. Und man fragt sich oft selbst, was ist mit mir los? Bin ich nur ein bisschen überarbeitet oder ist das schon Burn-out? Das englische Wort Burn-out bedeutet so viel wie ausgebrannt sein. Was sind die Symptome von Burn-out, vom ausgebrannt sein? Es ist ein Zustand, in dem man sich emotional ausgesprochen erschöpft fühlt und die Leistungsfähigkeit auf ein Minimum sinkt. Hinzu kommt, dass man mit seinen Mitmenschen, mit Kunden, Mitarbeitern und sogar mit Kollegen häufig ungeduldig ist und in Alltagssituationen auch mal relativ schnell aggressiv reagiert. Häufig kommen insbesondere in der Endphase Apathie, psychosomatische Erkrankungen und Depressionen hinzu. Die Ursachen für das Burn-out-Syndrom können von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. Bei manchen Menschen reichen sogar schon ein bis zwei Faktoren, um in einen kritischen körperlichen bzw. seelischen Zustand zu geraten. Bei anderen müssen viele Faktoren in etwa zur gleichen Zeit dauerhaft bestehen, bis man die negativen Auswirkungen wahrnimmt. Bei den Ursachen spielt an allererster Stelle die hohe Arbeitsbelastung, anders formuliert der Stress, eine entscheidende Rolle. Des Weiteren werden meiner Erfahrung nach die Mitarbeiter für ihre gute Arbeit von ihren Vorgesetzten viel zu wenig belobigt. Die positive Bestätigung fehlt viel zu oft. Hinzu kommt, dass man auf dem Arbeitsplatz ständig mit Problemen konfrontiert wird oder der Chef hat zu hohe oder unklare Erwartungen und Zielvorgaben. Die ständige Änderung der Aufgaben, schlechte Teamarbeit, Konflikte innerhalb der Kollegenschaft gehören ebenfalls zu den Ursachen für Burn-out, wie auch der geringe Verdienst oder die Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Bei der Entstehung eines Burn-outs sind also immer zwei Komponenten beteiligt. Die Persönlichkeit und die Umwelt, die auch als innere und äußere Faktoren bezeichnet werden. Die gute Nachricht zuerst, sie können verhindern, dass sie ausbrennen. Es gibt einige Methoden und Techniken, mit denen man das Schlimmste, also das Burn-out, vermeiden kann. Als erstes sollte man seine momentane Situation genauer betrachten. In der linken Spalte soll man die Beschäftigungen, die man ungern macht und für die man nichts zurückbekommt, aufschreiben und in der rechten Spalte die Beschäftigungen auflisten, die einem Freude und Zufriedenheit bereiten. Zudem soll man Aktivitäten, die einem Spaß machen, bewusst einplanen, auch wenn man sich erschöpft und lustlos fühlt. Aktivitäten, die einen Ausgleich zur Arbeit bieten, bringen uns auf andere Gedanken, wie etwa ins Kino gehen, Spaziergänge machen, Sport treiben oder ein Konzert besuchen. Ganz wichtig ist die regelmäßige sportliche Betätigung. Körperliche Tätigkeit in Form von Wandern, Joggen, Fahrradfahren oder Schwimmen macht den Kopf frei, baut Stress ab und entspannt. Um einem Burn-out vorzubeugen, ist das Delegieren von Arbeiten fast das Wichtigste. Dabei ist es nicht unwesentlich, endlich mal die eigenen Grenzen zu erkennen. Delegieren, Arbeit an andere abgeben, die Arbeitsabläufe bestimmen, die Aufgaben verteilen, bin ich dazu fähig oder versuche ich zwanghaft zu jeder Zeit alle Aufgaben alleine zu bewältigen. Man soll prüfen, welche Arbeiten man delegieren kann, um sich so zu entlasten. Gegen Burn-out hilft auch, wenn man sich täglich Zeit für Ruhepausen und Entspannungsübungen in Form von Spazierengehen, Yoga, autogenem Training oder einer Muskelentspannung nimmt. Es ist nicht leicht, aber wenn man will, kann man diese Phasen der Entspannung ebenso in den Tagesablauf einplanen, wie eine berufliche Verpflichtung oder einen Termin im Kalender. Man darf auch nicht vergessen, geregelte Pausen zu halten und sich ausreichend Zeit für das Essen zu nehmen. Ein weiterer wichtiger Ratschlag zur Vermeidung von Burn-out, man soll sein Denken auf unrealistische Erwartungen überprüfen. Man kann es nicht jedem recht machen und man ist auch nicht für alles und jeden verantwortlich. Außerdem kann man es sich erlauben, ab und zu Fehler zu machen. Und schließlich darf man nicht vergessen, seine sozialen Kontakte zu pflegen, wieder Kontakt zu Freunden und Bekannten aufzunehmen und mit diesen regelmäßig etwas zu unternehmen. Gesellige Treffen und Gespräche über nichtberufliche Themen lassen uns von der Arbeit abschalten. Ein funktionierendes privates Netzwerk in Form realer, sozialer Kontakte ist also außerordentlich wichtig, wenn man die Burn-out-Falle vermeiden will. Wer aber bereits in der Burn-out-Spirale angelangt ist, hat gute Chancen, ihr wieder zu entkommen, da es für Burn-out zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten gibt. Ärzte aus den Bereichen Arbeitsmedizin oder Psychiatrie sowie Experten der Psychotherapie und Psychologie begleiten den Therapieprozess. Die Therapie des Burn-out-Syndroms ist individuell verschieden und setzt vor allem bei folgenden Punkten an. Probleme am Arbeitsplatz und im sozialen Umfeld, z.B. familiäre oder berufliche Probleme, werden im Rahmen einer Psychotherapie thematisiert. Gemeinsam mit dem Therapeuten wird nach Auswegen oder Veränderungsmöglichkeiten gesucht. In der Psychotherapie werden die Probleme des Hilfesuchenden nicht einfach von dem Therapeuten gelöst. Eher geht es darum, den Patienten in seiner Entwicklung und bei der Suche nach einer Problemlösung oder Veränderung zu begleiten. So können sich Menschen mit seelischen Leiden selbst verstehen und helfen lernen. Als Ergänzung zur psychotherapeutischen Behandlung kann man auch eine gesundheitspsychologische Beratung in Anspruch nehmen. Das Ziel dabei ist die Vermittlung von Wissen über das Verhalten und die Gesundheit bis hin zur Gesundheitsförderung. Die Bewältigungsstrategien und Lösungswege für die Probleme können individuell erarbeitet werden. Darüber hinaus sollen innerhalb der Burnout-Behandlung die Begleiterkrankungen oder Symptome, wie z.B. Bauchschmerzen, Magenschmerzen, Kopfschmerzen oder Schwindelgefühl, je nach Art und schwere Grad, vom entsprechenden Facharzt behandelt werden. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte Ihnen in meiner Ausführung einen Einblick in die Problematik Burnout-Syndrom vermitteln, auf welche Anzeichen man achten muss, wie man es vermeidet und letztendlich behandeln kann. Falls Sie Fragen haben, stehe ich in den nächsten 20 Minuten gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Während des ganzen Jahres empfiehlt es sich, Sport zu treiben, möglichst draußen in der freien Natur. Aber bei eisigen Temperaturen scheuen viele Menschen den Sport im Freien. Doch ich finde, man soll trotz der Kälte raus. Sport kann auch bei sehr kalten Temperaturen gesund sein. Jedoch sollten gewisse Regeln eingehalten werden. Fakt ist, dass bei Temperaturen von etwa minus 15 Grad bezüglich der Verletzungsgefahr ein leicht erhöhtes Risiko besteht. Daher sollte man sich zum Beispiel für das Joggen im Freien entsprechend warm anziehen. Vielleicht spezielle Kleidung für Winterjogging und Handschuhe tragen. Denn bei Minusgraden kommen die Muskulatur und die Durchblutung langsamer auf Touren. Aber wie gesagt, das alles ist kein Grund, im Winter auf Sport im Freien zu verzichten. Ich treibe im Winter regelmäßig Ausdauersportarten wie Walking oder Jogging oder fahre Rad. Allerdings alles in Maßen und achte auf meine Atemtechnik, denn die Atemwege können durch die kalte und trockene Luft gereizt werden, was schneller zu Reizhusten führt. Der aber nichts mit einer Erkältung zu tun hat. Also raus ins Freie, Leute! Regelmäßig mache ich nur Schulsport. Nicht so wie viele meiner Mitschüler, die auch außer den Sportstunden in der Schule verschiedene Sportarten treiben, wie Handball, Basketball oder Bodybuilding im Fitnessstudio. Meine Freunde sagen immer, wie fantastisch es ist, gemeinsam in einem Team maximale sportliche Leistung aus sich heraus zu holen oder nach einem harten Muskeltraining das Ergebnis, die Veränderung des Körpers zu sehen. Allem Anschein nach liegen meine Interessen woanders, denn ich verwende eher Zeit für Denksport. Meine Leidenschaft sind kombinative Computerspiele, in denen ich mit mehreren Mitspielern eine Aufgabe lösen muss, aber zugleich auch Gegner die Ausführung erschweren. Ein Spiel kann bis zu drei Stunden dauern und erfordert höchste Konzentration. Außerdem kann man sich nicht einfach mal eine Pause gönnen und schnell etwas essen oder trinken. Ich denke, bei einem Computerspiel kann man auch ganz schön viele Kalorien verbrennen. Ich muss zugeben, dass ich mir mein ganzes Leben lang nicht sehr viel aus Sport gemacht habe. Hier und da Joggen im Park oder einmal im Monat mal für 15 Minuten das Zimmerfahrrad benutzen. Das war es auch schon. Vor kurzem musste ich plötzlich feststellen, dass ich nicht mehr so schnell die Treppe rauflaufen kann und bei gewissen Bewegungen mir manche Körperteile wehtun. Ab dem Punkt habe ich mich für eine regelmäßige sportliche Betätigung entschieden. Seitdem fühle ich mich deutlich besser. Obwohl ich natürlich mit Sport inzwischen auch gegen manche Alterserscheinungen ankämpfe, ist die Bewegung ein wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden. Mittlerweile nehme ich sogar regelmäßig an Laufwettbewerben teil, weil es mir auch Spaß macht, meine sportlichen Leistungen mit der Leistung anderer zu messen. Einfach als eine Art Bestätigung meiner aktuellen körperlichen Verfassung. Regelmäßiger Sport spielt für meinen Körper und mein Wohlbefinden eine bedeutende Rolle. Aber man muss sich vor dem Training immer gründlich vorbereiten, um das Risiko einer Verletzung zu minimieren. Die Aufwärmung der Muskeln, Bänder und Gelenke ist also unerlässlich. Viele Menschen, die Sport treiben, wissen gar nicht, dass die Schuhe eines der wichtigsten Sportgeräte sind und die optimale Passform das A und O. Billige oder unpassende Schuhe können unangenehme Schmerzen in den Füßen und Beinen hervorrufen. Ich lasse mich deshalb vor dem Kauf meiner Sportschuhe im Sportfachhandel beraten und die Laufstatik von meinem Sportmediziner checken. Ich achte außerdem auch auf ausreichend Ruhezeiten zwischen den Trainingseinheiten und sorge in dieser Zeit für genügend Flüssigkeitszufuhr. So nütze ich das Training optimal, steigere meine Leistung und beuge zugleich eventuelle Verletzungen vor. Als Arzt für Allgemeinmedizin erachte ich Sport als äußerst nützlich, wenn nicht sogar lebensnotwendig. Insbesondere Ausdauersportarten wie Radfahren, Schwimmen oder Laufen senken das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen. Durch regelmäßiges Training können sogar die Gefäßfunktionen verbessert und die Blutfette reduziert werden. Nicht ohne Grund haben Ausdauersportler ein viel geringeres Herzinfarktrisiko als Nichtsportler. Untersuchungen haben ergeben, dass Sport nicht nur bei gesunden Menschen eine lebensverlängernde Wirkung hat, sondern auch die Prognosen von bereits erkrankten Menschen verbessert, wie beispielsweise Herzpatienten oder Patienten mit Bluthochdruck. Durch die erhöhte körperliche Belastung pumpt das Herz mehr Blut in den Körper und versorgt ihn somit mit mehr Sauerstoff. Dadurch verbessert und stabilisiert sich langfristig die Herzfunktion. Meine Empfehlung lautet daher, es ist nie zu spät, mit einer individuell angepassten Sportart im entsprechenden Maß, gegebenenfalls unter ärztlicher Aufsicht, zu beginnen. Mir geht es trotz körperlicher Inaktivität sehr gut. Ich behaupte nicht, dass es vielleicht nicht besser wäre, hin und wieder mal Sport zu treiben, aber meine Arbeit lässt es einfach nicht zu. Ich bin Buchhalter von Beruf und sitze von morgens bis spätabends am Schreibtisch. Dabei machen höchstens meine Hände und Finger Übungen an der Tastatur des Computers und des Tischrechners. In der Früh habe ich immer das Glück von meinem Kollegen, der zufällig in der Nachbarschaft wohnt, mit dem Auto mitgenommen zu werden. Zu meinem täglichen Ritual gehört allerdings, dass ich abends vom Büro zu Fuß den Weg nach Hause zurücklege. Das ist eine Entfernung von drei Häuserblocks und der Grund, warum ich nicht das Auto nehme, ist die angenehme frische Luft am Abend. Wie gesagt, man könnte sicherlich mehr tun, aber wenn ich ehrlich bin, liegt es auch an meiner Faulheit. Es gibt so viele Menschen, die ihre Tage vor dem Fernseher verbringen, die mit ihrer Freizeit nichts anzufangen wissen. Ich habe schon viele Personen kennengelernt, die sich selbst sagen, ich sollte vielleicht mal wieder Sport machen, aber ich kann ja nicht wirklich etwas. Meine Kondition ist ja auch zu schlecht. Und genau hier sage ich, sport up your life. Entdecke, was in dir steckt und bring dein Leben in Schwung. Ich sage, Sport ist nicht nur Joggen oder Fußball, Sport ist viel mehr. Von Ausdruckstanz bis Yoga, von Tischtennis bis Fallschirmspringen. Sport ist ungemein vielfältig und bietet ungeahnte Möglichkeiten für jeden Menschen. Man muss nur seine Grenzen überwinden. Ich bin Sportstudentin und möchte meine Begeisterung für die Bewegung mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Deshalb schreibe ich zur Zeit ein Buch über die verschiedenen Sportarten, einen Ratgeber für die Wahl der richtigen Sportart. Ich bin seit acht Jahren Trainer der Nachwuchsfußballmannschaften des FC Bayern München. Es ist einfach toll zu sehen, wie viele Kinder und Jugendliche sich für Fußball und dadurch generell für Sport interessieren. Die Eltern haben es nicht immer so leicht. Sie sehen jeder Trainingseinheit mit gemischten Gefühlen entgegen. Prima, mein Junge, treibt Sport und wird vielleicht eines Tages ein berühmter Fußballspieler. Andererseits haben sie ein mulmiges Gefühl. Mit welchen Verletzungen kommt mein Kind diesmal nach Hause? Ich muss sagen, Sport ist nicht nur toll und gesund. Intensive, sportliche Betätigung bringt auch erhebliche Verletzungsrisiken, beispielsweise für die Sehnen, Gelenke und Muskeln mit sich. Besonders, wenn Bewegungsabläufe ständig wiederholt werden und dadurch die Muskulatur einseitig und gleichförmig belastet wird. Aber durch verschiedene Dehnübungen kann man Verletzungen größtenteils vorbeugen und dann kann der Bewegung nichts mehr im Wege stehen. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, heute Nachmittag darf ich eine herausragende Persönlichkeit in unserem Studio begrüßen. Holger Nikkeles, mehrfacher deutscher Meister und Europameister, Vize-Weltmeister, zweifacher Weltmeister und nun nach Athen 2004 erneut Paralympics-Sieger im Rollstuhl-Tischtennis spielen. Den Paralympics in London 2012 sei Dank sind sie heute nicht mehr nur den Experten bekannt. Ich gratuliere zu der Gold- und Silbermedaille. Die Paralympics sind bereits eine Weile her. Wie geht es Ihnen heute? London war ein großartiges Erlebnis. Dennoch haben die vergangenen Monate körperlich und mental an mir gezehrt. Ich musste erst mal vom Sport abschalten. Erst langsam realisiere ich den Erfolg und was alles in London passiert ist. Neben dem Sport setzten sie sich auch für das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung ein und waren vor kurzem in der Stadt Minden in Nordrhein-Westfalen. Was war der Grund? Ich war dort auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretung im Kreis Minden-Lübecke. Die hatten mich angesprochen, weil das große Thema ja die Zusammenbringung von Menschen mit und ohne Behinderungen war. Dafür stelle ich mich immer wieder gern zur Verfügung, da es für mich ein wichtiges Thema ist. Sie hatten aber eine lange Anreise für Ihren Besuch in Minden. Im Moment bin ich viel unterwegs. Das liegt immer noch an den Paralympics. Ich versuche aber generell, solche Termine wie in Minden wahrzunehmen, da mir das Thema Zusammentreffen von behinderten und gesunden Menschen natürlich am Herzen liegt, auch wenn die Anreise aus Köln bei dem Wetter ein bisschen gedauert hat. Hatten Sie in Minden konkrete Aufgaben zu erfüllen oder konnten Sie sich entspannt unterhalten? Ich habe mit ein paar Tischtennisspielern aus den lokalen Vereinen gespielt. Wir haben versucht, den Zuschauern die Unterschiede zu zeigen und sie konnten es ausprobieren, wie es ist, wenn man im Rollstuhl spielt oder als Nichtbehinderter im Stehen. Das hat ganz gut geklappt, glaube ich. Die Spieler haben sich dann auch mal in den Rollstuhl gesetzt und gespielt, um diese Erfahrung zu machen. Der zweite Teil des Besuchs bestand aus einer kleineren Autogrammstunde und aus Fragen. Die Zuschauer hatten zumeist zu den Paralympics viele Fragen gestellt. Die Paralympics in London waren für Sie ja außerordentlich erfolgreich. Das Glück scheint auf Ihrer Seite zu sein. Ja, tatsächlich hat mich das Glück begleitet. Das war jetzt bei meiner dritten Teilnahme beim Einzelwettbewerb die zweite Goldmedaille nach Athen 2004. Dazu kam jetzt noch die Silberne mit dem Team, mit dem ich 2004 bereits Bronze geholt hatte. Der Medaillensatz ist somit komplett. Wie Sie sagen, haben Sie Medaillen sowohl im Team als auch im Einzelspiel gewonnen. Machen Sie für sich Unterschiede zwischen den Medaillen? Ist zum Beispiel die Goldmedaille im Einzel jetzt in London für Sie wertvoller als Medaillen, die man im Team geholt hat? Ja, es gibt für mich schon einen Unterschied. Die wertvollere Medaille ist definitiv die im Einzelspiel gewonnene. Im Einzelwettkampf ist man zu 100% eigenverantwortlich, was den Erfolg oder eben auch die Niederlage betrifft. Der Einzelwettbewerb ist das, worauf man hingearbeitet hat. Das Mannschaftssilber ist dann ein schöner Bonus, eine schöne Beigabe gewesen. Die Spiele in London waren schon einzigartig. Das war eine tolle und besondere Atmosphäre, die ich in dem Maß zuvor noch nicht erlebt habe. Das Medien- und Zuschauerinteresse war noch nie so groß wie in London. Es war tief beeindruckend, dass die Sportstätten, sogar auch die Excel-Arena beim Tischtennis-Turnier tatsächlich täglich ausverkauft waren. Der Paralympics hatten nahezu alle Fernsehsender große Aufmerksamkeit geschenkt. Kritiker behaupten allerdings, es hätte Unterschiede in der Berichterstattung gegeben. Man würde lieber sogenannte medientaugliche Behindertensportler zeigen, solche im Rollstuhl oder mit Prothesen zum Beispiel. Von spastisch-behinderten Sportlern etwa hätte man im Fernsehen und auch in anderen Medien nichts gezeigt. Teilen Sie diese Kritik an fernsehgerechten Bildern? Sind Ihnen diese Unterschiede aufgefallen? Wenn es tatsächlich so war, dass Sportler mit bestimmten Behinderungen von den Fernsehsendern wenig oder nicht gezeigt wurden, kann man entgegnen, dass es sehr, sehr oft und nicht nur im Behindertensport so ist. Beim von Ihnen angesprochenen Wettkampf der spastisch-behinderten Sportler hatten wir beispielsweise keine deutsche Beteiligung. Man sieht das ja auch bei den Olympischen Spielen. Synchronschwimmen ist eben nicht so präsent in den Medien wie zum Beispiel die Leichtathletik. Und so ist es auch bei den Paralympics. Rollstuhl-Basketball oder Leichtathletik sind deutlich populärer und somit auch präsenter als andere Sportarten. Daneben war auch Tischtennis eher unterrepräsentiert. Schlussendlich hängt es ja immer von der Beteiligung deutscher Athleten und den Erfolgsaussichten ab. Ich habe aber auch Bilder im Kopf, wo bestimmte Randsportarten gezeigt wurden. Als Anerkennung Ihrer Leistung haben Sie vom Bundespräsidenten Joachim Gauck nun bereits zum zweiten Mal das silberne Lorbeerblatt als höchste Auszeichnung für deutsche Sportler erhalten. Wie fühlt es sich an, neben den großen Stars zu stehen? Eigentlich ganz normal. Man kennt sich mittlerweile, weil man sich öfter auf Veranstaltungen trifft. Ganz gleich, ob man den sogenannten Stars begegnet, generell ist es schön, dass solche Veranstaltungen oder Ehrungen zusammen stattfinden und nicht unterschieden wird zwischen Paralympics und Olympischen Spielen, zwischen Behinderten und Nichtbehinderten. Ich fühle mich genauso als erfolgreicher Sportler wie die anderen. Herr Nikkeles, ich wünsche Ihnen weiterhin gute Gesundheit und viele sportliche Erfolge und bedanke mich für das Gespräch. Verehrtes Publikum, ich begrüße Sie zu dem Vortrag von Frau Hilde Karsdorf von Fairtrade Deutschland aus Köln. Sie wird uns heute über die Philosophie und Produkte des Fairtrade-Handels ein umfassendes Bild präsentieren. Frau Karsdorf, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Weber. Vielleicht haben einige von Ihnen den Begriff Fairtrade schon mal irgendwo gehört oder gelesen, womöglich als Aufkleber auf Kleidungsstücken oder Lebensmitteln. Aber man weiß nicht genau, was Fairtrade eigentlich ist und welche Idee dahinter steckt. In Afrika, Asien, Lateinamerika und in der Karibik müssen Bauernfamilien und Plantagenangestellte tagtäglich unter dem Druck des Weltmarktes, der schwankenden Preise und des ausbeuterischen, lokalen Zwischenhandels leben. Die Folgen sind verheerend. Wegen der Arbeitslosigkeit und Ausbeutung vegetieren die Familien in Armut und häufig gibt es nur die Alternativen Drogenanbau, Prostitution, Kinderarbeit oder Flucht in die Elendsviertel der Großstädte. Fairtrade bezeichnet den fairen Handel, bei dem den Erzeugern für die gehandelten Produkte ein von den Fairtrade-Organisationen festgelegter Mindestpreis bezahlt wird, welcher über dem jeweiligen Weltmarktpreis angesetzt ist. Im Einzelnen unterstützt Fairtrade generell sieben Grundsätze. Der erste Grundsatz ist, dass für die wirtschaftlich benachteiligten Produzenten Chancen geschaffen werden. Durch den fairen Handel kann die Armut gelindert und die nachhaltige Entwicklung gefördert werden. Er soll Chancen für Hersteller schaffen, die wirtschaftlich benachteiligt oder vom bestehenden Handelssystem an den Rand gedrängt worden sind. Der zweite Grundsatz ist die Zahlung eines fairen Preises. Der Preis soll im Dialog zwischen den Handelspartnern festgelegt werden und unabhängig von den Schwankungen der Weltmarktpreise stets die Produktionskosten decken, die Existenz der Produzenten sichern, eine sozial gerechte und umweltverträgliche Produktion ermöglichen. Darüber hinaus wird oftmals eine Prämie bezahlt, mit der die Bauern oder Arbeiter gemeinschaftliche Projekte zur langfristigen Verbesserung ihrer Lebenssituation umsetzen können. Wenn es nötig ist, werden sogar Projekte vorfinanziert. Der dritte Grundsatz gilt der Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Die Angestellten auf Fairtrade-Plantagen können in einem sicheren und gesundheitsverträglichen Umfeld arbeiten. Ausbeutung und Kinderarbeit sind verboten. Die Arbeiter bekommen Schutzkleidung für die Arbeit, bezahlten Urlaub und soziale Vorsorge. Außerdem können Gewerkschaften gebildet werden. Zu dem vierten Grundsatz gehört die Gleichberechtigung von Frauen. Das heißt, Frauen werden immer für ihre Arbeit, ihren Beitrag im Herstellungsprozess angemessen bezahlt. Der fünfte Grundsatz bezieht sich auf den Aufbau von Kapazität und Know-how. Denn fairer Handel soll die Produzenten unabhängiger machen und sie befähigen, sich auf dem Markt langfristig zu behaupten. Sechstens sind es die Transparenz und die Verantwortung. Im fairen Handel sind die Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Beziehungen transparent. Man geht mit den Handelspartnern fair und respektvoll um. Der letzte Grundsatz, die von Fairtrade unterstützt wird, ist der Umweltschutz. Bestimmte, besonders umweltschädigende Pflanzenschutzmittel sind im Anbau untersagt. Allerdings ist eine sogenannte ökologische Landwirtschaft nicht zwingend vorgeschrieben, wird jedoch gefördert. Die europäische Fairhandelsbewegung entstand in den 1960er Jahren. Radikale Studenten begannen, internationale Konzerne dafür zu kritisieren, dass sie nur noch am hohen Profit interessiert seien, kleinere Wirtschaftsteilnehmer vom Markt drängen und die Produzenten gegen Hungerlohn arbeiten lassen. Es wurden Ideale des fairen Handels entwickelt, wonach der Preis mit den tatsächlichen Kosten direkt verbunden ist und alle Hersteller Anspruch auf fairen und gleichen Zugang zu den Märkten haben. Der Slogan dieser Zeit lautete Trade, not Aid, zu Deutsch Handel statt Hilfe. Im nächsten Teil meines Vortrages möchte ich Ihnen kurz über die Entstehung der Geschichte der Fairtrade-Bewegung erzählen. Während der 1960er und 70er Jahre arbeiteten führende Teilnehmer dieser Bewegung daran, Märkte für Produkte aus denjenigen Ländern zu finden, die aus politischen Gründen von wichtigen Welthandelsprogrammen ausgeschlossen worden waren. So verkauften tausende Freiwillige beispielsweise Kaffee aus Angola und Nicaragua in Weltläden, in Kirchen, bei sich daheim und auf öffentlichen Plätzen. 1986 gab es in Deutschland ungefähr 400 Weltläden und etwa 4000 Aktionsgruppen im fairen Handel. 1992 wurde die Organisation Transfer International als Träger des europäischen Fairtrade-Siegels von der EFTA und Transfer Deutschland in Göttingen gegründet. 1994 kam der erste Tee mit dem Transfer-Siegel auf den Markt und es wurden 5000 Tonnen Rohkaffee unter Transferbedingungen importiert. Seitdem sind 20 Jahre vergangen und der Handel im Fairtrade-System ist eine weltweite Organisation geworden. Zu den anfänglich gehandelten zwei Produkten Tee und Kaffee kam eine Vielzahl an Produkten hinzu. Mittlerweile machen sogenannte Gütesiegel oder Labels die Produkte aus fairem Handel für die Verbraucher als solche erkennbar. Das Floh-Gütesiegel für fairen Handel ist das international normierte Fairtrade-Siegel. Nun zu den zwei wichtigsten Fragen. Welche Produkte kann man mit dem Fairtrade-Gütesiegel kaufen und wo erhält man diese? Weltweit sind in rund 36.000 Supermärkten, Bioläden, Kaufhäusern, Drogeriemärkten, Weltläden sowie in Fachgeschäften Produkte mit dem Fairtrade-Siegel erhältlich. Traditionell befasst sich der faire Handel mit landwirtschaftlichen Gütern, die aus Entwicklungsländern in Industrieländer exportiert werden. Neben den Ursprungsprodukten Kaffee und Tee sind es Bananen, frisches und getrocknetes Obst, Säfte, Kakao und Schokolade, Zucker, Honig, Süßwaren, Eiscreme, Nüsse, pflanzliches Öl, Reis, Gewürze, Wein, Baumwollprodukte und Textilien. Seit einiger Zeit Blumen und sogar Sportbälle. Man muss erwähnen, dass die Rückmeldung der Verbraucher bezüglich der Fairtrade-Produkte ausnahmslos positiv ist und dass das Fairtrade-Siegel großes Vertrauen und eine starke Akzeptanz genießt. Nicht ohne Grund, denn Fairtrade ist das weltweit größte Sozialzertifizierungssystem. Auf Respekt und Transparenz beruhende Handelsbeziehungen ermöglichen Produzenten aus Entwicklungsländern eine nachhaltige Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen. Wenn man diesen Gedanken versteht und verinnerlicht, kann man mit dem Kauf jedes einzelnen Fairtrade-Produktes etwas Gutes für die Menschen in der Welt tun, die nicht die Chancen vom Leben bekommen haben, wie zum Beispiel wir in diesem Saal. 2009 wurde der gemeinnützige Verein Transfair als Deutschlands nachhaltigste Dienstleistung ausgezeichnet. Das Fairtrade-Siegel setzt Maßstäbe im Zusammenspiel mit Partnern, die sich engagieren. Produzenten, Händlern und Konsumenten in gemeinsamer Verantwortung. Fair handeln für eine bessere Welt. Wir machen weiter. Leisten Sie auch Ihren Beitrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie Fragen haben? Ich habe in letzter Zeit mehrere Berichte über Alkohol am Steuer gelesen und ich muss feststellen, es ist erschreckend, wie viele Unfälle tatsächlich auf den betrunkenen Zustand der Fahrzeugführer zurückzuführen sind. Sehr häufig sind es gerade junge Menschen, die den Alkohol in ihrem Körper nicht einschätzen können und die meisten Unfälle mit Alkohol verursachen. Das Erstaunliche dabei ist, dass die Einsicht dieser Leute sehr selten vorhanden ist. Ich finde es unverschämt, dass größtenteils ausgerechnet Fahranfänger, die mit einem erhöhten Alkoholgehalt im Blut von der Polizei erwischt werden, faule Ausreden erfinden, nur um den Führerschein zu behalten. Dass sie dabei sich und andere Menschen gefährden, wenn sie unter Alkoholeinfluss Auto fahren, ist für sie anscheinend eher nebensächlich. Daher bin ich damit einverstanden, dass für Fahranfänger seit einigen Jahren ein absolutes Alkoholverbot am Steuer gilt. Eigentlich müsste es für alle Autofahrer gelten. Neulich hatte ich eine heiße Diskussion mit meinem Arbeitskollegen zum Thema Alkohol am Steuer. Ich finde die verschiedenen Promillegrenzen hier in Deutschland ein wenig verwirrend. Einerseits ist Alkohol am Steuer verboten, andererseits bis 0,5 Promille erlaubt. Bei auffälliger Fahrweise oder einem Unfall gilt aber plötzlich nur 0,3 Promille. Essen und Trinken am Steuer ist im Gegensatz zum Telefonieren auch erlaubt. Nun nehmen wir an, der Fahrzeugführer konsumiert Alkohol während der Fahrt. Oder noch komplizierter, man steigt bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit einer geöffneten Bierdose in der Hand aus, hat aber nur 0,1 Promille. Wie wird ein solches Verhalten gewertet? Bei so vielen möglichen Lebenssituationen ist es kein Wunder, weil man eher dazu neigt, zu sagen, dass man am besten auf die ganzen Promillegrenzen verzichten sollte. Die Autofahrer sollen für sich entscheiden, wie viel Alkohol am Steuer sie für sich verantworten können. Bloß Unfälle sollen sie natürlich nicht verursachen. Im Internet habe ich gelesen, dass ein Lokalpolitiker im Südwesten Irlands Alkohol am Steuer erlauben will. Seine Idee ist gar nicht mal so schlecht. Demnach sollen die Bewohner abgelegener Gegenden lieber ins Papp fahren, anstatt zu vereinsamen und an Depressionen zu leiden. Eigentlich sollten die Menschen in den regnerischen Gebieten mit extrem kurvigen Straßen besonders vorsichtig, konzentriert und nüchtern fahren. Aber wenn das Verkehrsministerium keine haltbaren Gegenargumente einbringen kann, wird am Ende noch erlaubt, dass die Bewohner in der Gegend mit zwei oder drei Gläsern Bier etwas angesäuselt wieder ins Auto steigen. Ich bin der Meinung, zwei, drei Bier sind nicht die Welt. Und wenn das Gesetz das Fahren im leicht alkoholisierten Zustand nur auf einigen besonders abgelegenen Straßen mit relativ niedriger Geschwindigkeit erlaubt, warum nicht? Vor einigen Jahren habe ich auf einer Landstraße Richtung Kassel einen Autounfall verursacht. Ich bin heute sehr froh, dass meine Frau damals mit nur leichten Prellungen und ich mit einem Armbruch und einer Schulterverrenkung vergleichsweise gut davon kam. Ich leugne es gar nicht, an dem Unfall war ich schuld. Wir waren bei Freunden eingeladen und nach einem lustigen Abend sind wir mit unserem Auto losgefahren. Ich hatte bloß ein einziges Bier getrunken und habe gedacht, es wird schon nichts passieren. Schließlich kann man mit einem Glas Bier gerade mal die 0,3 Promille Grenze erreichen. Während der Fahrt überkam mich plötzlich ein Schwindelgefühl und ich sah nur noch verschwommen. Wir sind von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Ohne Alkohol wäre der Unfall möglicherweise nicht passiert. Seitdem halte ich mich strikt daran, mich absolut ohne Alkoholeinfluss ins Auto zu setzen. Nicht mal ein Bier ist erlaubt. Grillparty bei Freunden, Volksfestbesuch, Kneipentour in der Stadt, Fußballschauen mit Kumpels. Es gibt unzählige Anlässe, bei denen in netter Gesellschaft Alkohol konsumiert wird. Wenn ich feiere und Alkohol trinke, fahre ich nicht mit dem Auto. Als Alternative bietet sich immer das Umsteigen aufs Rad oder das Zu-Fuß gehen an. Mir ist bekannt, dass es auch für Radfahrer und Fußgänger Alkohol Grenzwerte gibt, aber ich finde, wenn man auch nur geringfügig alkoholisiert ist, sollte man nicht ins Auto steigen. Da ich andere Menschen und Sachgüter nicht gefährden möchte und auch nicht riskiere, meinen Führerschein zu verlieren, fahre ich lieber mit dem Fahrrad nach Hause. Ich finde es verantwortungslos, wenn man sich nach einer Party von Alkohol benebelt ins Auto setzt und einfach losfährt. Denn man muss nicht richtig betrunken sein, damit ein schwerer Unfall passiert. Mein Motto lautet statt dem Lenkrad lieber das Fahrrad nehmen. Wie man an meiner Statur sieht, bin ich recht groß und wiege 95 Kilo. Ich habe meine feste Grenze bei 2,3 Litern Bier. Wenn ich noch fahren muss und unbedingt ein Bierchen trinken will, da spüre ich kaum was davon. Werden es mehr, so will ich von selber nicht mehr hinters Steuer, weil es mir schon langsam schummrig im Kopf wird. Um festzustellen, ob ich noch fahrtüchtig bin, brauche ich keinen Gesetzgeber, der mich mit Promillengrenzen bevormundet. Solange ich mit ein wenig Alkohol im Magen im Straßenverkehr sicher fahren und mein Auto in der Garage ordentlich einparken kann, ist es in Ordnung. Die schlimmsten Unfälle verursachen sowieso nur solche Autofahrer, die wirklich total betrunken und die haben auch meiner Meinung nach nichts auf den Straßen verloren. Ich finde, die Politiker und Straßenverkehrsexperten fokussieren viel zu sehr auf die Frage Alkohol am Steuer, wie viel Promille soll erlaubt sein, welche Strafen soll es geben. Das ist Unsinn. Man soll endlich davon abkommen, permanent den Alkoholkonsum für alle Verkehrsunfälle als Grund anzugeben. Wenn die Menschen, die mal in einer ganz normalen Alltagssituation wie nach einem Restaurantbesuch nicht ständig darüber nachdenken und sich schuldig fühlen müssen, ob sie auch noch nachdem sie ein Glas Bier oder zwei Gläschen Schnaps getrunken haben, noch sicher Auto fahren können, gäbe es weniger Unsicherheiten und somit weniger Unfälle auf den Straßen. Ich wage es zu behaupten, dass die meisten Autofahrer auch ohne Promillgrenze sich in einem für sie Die Gesetzgeber sollten den Menschen endlich mehr vertrauen. Ich verbrachte drei Jahre in den Vereinigten Staaten in Alabama. Was die Verkehrsregeln betrifft, gibt es einige gravierende Unterschiede bezüglich des Alkohols am Steuer. Wenn man mit Trunkenheit am Steuer, das heißt, mit einem Alkoholspiegel von 0,8 Promille erwischt wird, heißt es nicht nur Führerscheinentzug, sondern auch Gefängnis. Unabhängig davon, ob man Einheimischer oder Tourist ist. Die amerikanischen Gesetze sind extrem strikt. Anders als in Deutschland macht man sich schon strafbar, wenn man nur einen geöffneten Behälter mit Alkohol im Fahrzeug hat, egal ob gefüllt oder leer. Meines Erachtens sollte man in Deutschland mindestens so streng mit den Alkoholsünden am Steuer umgehen wie in den USA und am besten die Toleranzgrenze bei 0,0 Promille ansetzen. Und dann müssten sich die Behörden mit der Frage, ob der beschuldigte Autofahrer nur nur ein wenig erheblich oder stark betrunken war, nicht beschäftigen.